Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuesten Video. Heute werfen wir einen detaillierten Blick auf den Samsung QLED 4K Q60C 55 Zoll Fernseher, Modell GQ55Q60CAUXZG, ein deutsches Modell aus dem Jahr 2023. Dieses Gerät ist vollgepackt mit modernster Technologie und bietet eine Vielzahl von Funktionen, die es zu einem der besten Fernseher auf dem Markt machen. Bleibt dran, um herauszufinden, warum dieser Fernseher euer nächstes großes Upgrade sein könnte. Beginnen wir mit den herausragenden Merkmalen dieses Fernsehers. Dank der Quantum Dot-Technologie erreicht der Samsung Q60C bis zu 100% Farbvolumen, was bedeutet, dass ihr satte und lebendige Farben in verschiedenen Helligkeitsbereichen genießen könnt. Mit Quantum HDR bietet dieser Fernseher einen hohen Kontrastumfang und filmreife Bilder, die eure Lieblingsfilme und Serien zum Leben erwecken. Das Air Slim Design ist ein weiteres Highlight. Es fasziniert durch seine filigrane Formgestaltung, die den TV beinahe mit der Wand verschmelzen lässt. Ein echter Hingucker in jedem Wohnzimmer. Der Samsung Smart Hub und Gaming Hub vereint alle eure Lieblings Smart TV und Gaming Apps an einem Ort, was die Navigation und Nutzung unglaublich einfach und bequem macht. Object Tracking Sound Light schafft einen virtuellen Sound, der verschiedenen Bewegungen folgen kann, was das Audioerlebnis noch immersiver macht. Jetzt, da wir die Hauptmerkmale besprochen haben, lasst uns den Samsung Q60C mit ähnlichen Produkten vergleichen. Im Vergleich zu anderen Fernsehern in dieser Preisklasse bietet der Q60C eine überlegene Bildqualität und ein schlankeres Design. Viele Fernseher in dieser Kategorie haben nicht die gleiche Farbenauigkeit oder den hohen Kontrastumfang, den die Quantum Dot Technologie und Quantum HDR bieten. Auch das AirSlim Design ist einzigartig und verleiht dem Fernseher ein modernes und elegantes Aussehen. Schauen wir uns nun einige Testimonials von zufriedenen Nutzern an. Hans Herbert Faber schreibt, das Bild ist fantastisch und gestochen scharf, die Farben wunderbar. Ein deutlicher Schritt nach vorne verglichen mit unserem Vorgänger von 2012. Alec ergänzt, Bild ist super. Ton nicht so, ist aber auch nicht zu erwarten. Hier sollte man zu einer externen Lösung greifen. Monaco lobt die einfache Montage und Inbetriebnahme und Jens K. hebt die hervorragende Bildqualität und die einfache Kommunikation zwischen Handy und Fernseher hervor. Kommen wir nun zum Fazit. Der Samsung QLED 4K Q60C 55 Zoll Fernseher ist ein beeindruckendes Gerät, das mit seiner herausragenden Bildqualität, dem schlanken Design und den vielseitigen Smart-TV-Funktionen überzeugt. Obwohl der Ton nicht perfekt ist und die Fernbedienung einige gewöhnungsbedürftige Aspekte hat, überwiegen die Vorteile bei weitem. Wenn ihr auf der Suche nach einem Fernseher seid, der eure Filme und Spiele in atemberaubender Qualität darstellt und dabei auch noch gut aussieht, dann ist der Samsung Q60C die perfekte Wahl für euch. Klickt auf den Link in der Videobeschreibung, um mehr zu erfahren und euch diesen fantastischen Fernseher zu sichern. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um keine weiteren Reviews zu verpassen. Bis zum nächsten Mal!